Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zu unserer kurzen Online-Konferenz begrüßen. Wir schauen uns heute an, welche Möglichkeiten Sie haben, schnell, anonym und effizient ein besseres Verständnis für Ihre eigene Vermögenstruktur zu entwickeln. Wir gehen hierzu kurz ins Internet und nutzen die Webseite www.mei-anleger-profil.de, dass eine öffentlich zugängliche Seite die ÜPOS-Vermögenstrukturanalyse, die wir im Jahr 2008 entwickelt haben, in einer etwas vereinfachten Form kostenfrei und unverbindlich zur Verfügung stellt. Wenn wir uns das Ganze genauer anschauen, dann schauen wir zunächst mal hier auf die Startseite. Die Startseite zeigt Ihnen eine kurze Beschreibung, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, sondern werde Sie kurz durch die Funktionalitäten führen. Beim Punkt Analyse starten, fangen wir zuerst an, Ihre Vermögenswerte zu erfassen. Das geht relativ schnell und effizient. Sie sehen, hier wird zum Beispiel abgefragt, Tages- und Festgeld. In unserem Beispiel-Fall sollen das 25.000 Euro sein. Und sofern Sie sich nicht ganz sicher sind, was Sie an der jeweiligen Stelle eingeben müssen, haben Sie jeweils am rechten Rand die Möglichkeit, auf diese Glühbirne zu klicken. Dann nochmal kurze Erläuterung. Dann hat unser Anleger noch rund 25.000 Euro in klassischen konventionellen Versicherungen investiert, also das kapitalbildende Lebens- oder Rentenversicherung. Und unabhängig davon, ob diese im Rahmen einer privaten Versicherung, einer betrieblichen Altersvorsorge oder steuerlich geförderter Riester- oder sonstiger Rüro-Verträge stattfinden. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen hat unser Kunde nicht, weil er sagt, oh, die Renditen sind so niedrig, da tut sich eine Preisblase auf. Zumindest sind die erwarteten Renditen so niedrig, dass ich hier nicht investieren möchte. Im nächsten Schritt fragen wir die Sachwerte ab und unser Anleger sagt, na gut, ich habe 25.000 Euro hier auf dem Tagesgeld und 25.000 in Versicherungen. Damit das Ganze ausgewogen ist, habe ich auch nochmal 25.000 Euro in Aktienfonds. Beteiligungen sind momentan keine vorhanden. Immobilien zur Kapitalanlage auch nicht. Und unser Anleger hat rund 5.000 Euro in einen, sagen wir, Minenfonds investiert und nochmal rund 5.000 Euro in physische Edelmetalle, die er irgendwo gelagert hat. Und Sie sehen, das geht sehr schnell und effizient. Und im nächsten Schritt sind wir auch schon bei den nicht typischerweise beachteten Vermögenswerten, eben den Rentenansprüchen. Weil wenn Sie heute als Arbeitnehmer oder als Beamter in die gesetzliche Rentenversicherung einsparen oder als Beamter hier eine Pensionszusage erhalten, dann ist das ökonomisch gesehen ja nichts anderes, als dass Sie eine Forderung gegen den Staat haben. Sie zahlen heute ein. Der Staat hat gleichzeitig eine Verpflichtung Ihnen gegenüber. Diese wird ausgedrückt durch die Renteninformationen, die man erhält. Und diese Renteninformationen sind wiederum die implizite Staatsverschuldung. Um Ihnen das auch mal transparent zu machen, sehen Sie es auch sehr einfach. Sie geben hier das Geburtsjahr ein, sagen wir 1970. Wir unterstellen mal, wir haben einen Rentenanspruch bereits erdient, gemäß der Renteninformationen von rund 1200 Euro. Und dazu würden noch kommen 200 Euro Betriebsrente. Also Sie können das schnell und effizient erfassen. Und im nächsten Schritt sehen Sie schon bei meiner Vermögensstruktur, dass die Systematik hier hinter die Verpackungen und Instrumente in ihre Einzelteile zerlegt. Und wir schauen, okay, was ist da drin? Sind das Geldwerte, sind das Sachwerte? Und klar, Anleihen, die sich in Versicherungen befinden, das sind Geldwerte. Unser Tagesgeldkonto ist ein Geldwert. Gleichzeitig sind unsere Aktienfonds Sachwerte. Und die Rentenansprüche sind natürlich Geldwerte, weil sie sind eine Forderung gegen einen sehr solventen Schuldner, also die Bundesrepublik Deutschland. Nichtsdestotrotz unterliegen Sie natürlich auch einer möglichen Minderung der Kaufkraft durch Inflation. Letztendlich nichts anderes, als wenn Sie jemandem einen Kredit geben, somit die Rente nichts anderes, als eine unverkäufliche deutsche Staatsanleihe. Sie können sie selbst nicht beeinflussen, aber Sie können Ihre Anlageentscheidungen darauf ausrichten, dass Sie eben diese Ansprüche in Anlageentscheidungen mit einbeziehen. Im Beispielfall sehen Sie hier, dass unser Anleger hat ja rund 78% seines Vermögens in Geldwerten, rund 22% in Sachwerten. Und wenn Sie sich das Analyseergebnis anschauen, dann gehen wir erstmal auf die Neutralposition, die Sie hier am rechten Rand sehen. Und da sehen Sie, okay, die Neutralposition wäre vielleicht 50-50. Weil wenn Sie zwei Töpfe zur Verfügung haben, und das eine ist eben der Geldwert, das andere ist der Sachwert, und Sie haben keine Wahrscheinlichkeiten, wie die Zukunft weitergeht, dann wäre die Neutralposition eben damit zu beginnen, das Geld hälftig auf beide Töpfe zu verteilen. Und wie Sie hier sehen, obwohl unser Anleger im liquiden Vermögen doch relativ vernünftig aufgestellt war, was das Thema Ausgewogenheit betrifft, sehen Sie jetzt hier, okay, wenn wir mal die Versicherungen in Ihre Einzelteile zerlegen, wenn wir mal die Rentenansprüche auf heute abdiskontieren und einen Gegenwert umrechnen, dann sehen Sie ein Verhältnis von 78 zu 22. Und diese schnelle Methodik soll es Ihnen ermöglichen, für Anlageentscheidungen auch mal hinterfragen zu können, was passiert denn, wenn die Inflation steigt oder fällt? Wo profitiere ich? Wo werde ich gegebenenfalls leiden? Oder wenn die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben? Wie viel Prozent meines Geldes sind denn zinsabhängig angelegt? Das heißt, die Idee hier hinter, hinter diesem Werkzeug ist ganz klar, weniger darüber philosophieren, warum Zinsen fallen oder steigen könnten, warum sich die Inflation verändern könnte, sondern mit dem anzufangen, was heute wirklich fix ist, und das ist eben die eigene Vermögensstruktur. So, in diesem Sinne darf ich Ihnen viel Spaß wünschen beim Ausprobieren und wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, dann haben Sie natürlich jederzeit auch die Möglichkeit, hier auf uns zuzukommen. Sie sehen das schon hier. Rückfragen natürlich gerne per E-Mail oder per Telefon. Das war es von meiner Seite. Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. の